Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu MotoGP. Heute geht's auf eine altbekannte Strecke aus der Formel 1 nach Barcelona. Ich glaub, ein cooles Ziel für die Folge heute wäre es, Platz 2 in der WM zu übernehmen. Ist natürlich nicht leicht, also es kann auch gut und gerne passieren, dass wir als Fünfter aus der Folge rausgehen, ohne dass es irgendwie ein komplettes Desaster wird. Ich mein, das ist ja alles so knapp, aber ein Pünktchen fehlt nur auf Bastianini auf der 2. Also das wär natürlich super. Und wenn hier am Ende weniger als diese 53 Punkte Rückstand stehen, dann wär das auch ne coole Sache. Legen wir direkt los. Ich freu mich drauf. Wir sind richtig gut drauf. Hatten ein geiles Rennen zuletzt in Le Mans. Ich hoffe, dass es gelingt, daran so ein bisschen anzuknüpfen und hier auch voll vorne mit dabei zu sein. Nein! Ach Mann! Das wär echt ne gute Runde geworden. Jetzt stehen wir so ein bisschen unter Druck. Aber das ist natürlich an sich echt ein geiles Feature, dass die Runde dann ungültig wird. Trotzdem ärgerlich. Tja, jetzt müssen wir abliefern so langsam. Ansonsten ist es nur Startplatz 12. Oh, aber die 41-4, die es gewesen wäre, hätte gereicht für Platz 1. Also wenn das nicht Mut macht, dann weiß ich's auch nicht. Jetzt müssen wir halt sowas nochmal hinbekommen. Aber das geht auf jeden Fall. Das war jetzt auch noch keine perfekte Runde. Also wir scheinen hier wieder ne super Pace zu haben. Ähnlich wie in Le Mans, wo wir ja auf der Pole standen. Das war jetzt auch noch nicht. Die Pole ist es leider am Ende nicht, aber erste Startreihe, zweiter Platz. Wieder ne super Leistung in einem Qualifying. Ja, mega. Mega. Was will man mehr? Peko so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Und hinter uns dann auch eine Riesenlücke zu Martin. Meistens hat das aber nicht viel zu bedeuten. Das heißt, glaube ich, nicht zwingend, dass Bagnar jetzt im Rennen völlig souverän unterwegs sein wird. Die Story des Qualifyings so ein bisschen. Ihr seht's vielleicht, oder beziehungsweise ihr seht's nicht. Besecki war nicht in Q2 dabei. Den hat's in Q1 schon erwischt. Also das ist ne super geile Sache. Ne Riesenchance natürlich für uns alle hier vorne, um Punkte gut zu machen. Also ich hoffe, das können wir nutzen. Ist aber natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass der hier gut durchs Feld kommt mit seiner Pace. Also der kann da vorne schon auch trotzdem noch anklopfen. Aber dennoch, das kann sehr, sehr, sehr wichtig für uns werden heute. Ein ganz großes Wochenende. Come on. Los geht's bei diesem Start von Barcelona. Ganz langer Weg in Kurve 1 hinein hier auf dieser Strecke. Deshalb ein guter Start, wichtig. Und ich finde, der war ganz gut für unsere Verhältnisse. Kurve 1. Oh, hier ist ne gute Möglichkeit. Nochmal. Oh, den Start ein bisschen besser werden zu lassen. Da wird's ganz, ganz eng mit Acosta. Und mit, was weiß ich, wer das noch war da außen. Aber wir machen es im Endeffekt. Okay, Rins ganz stark unterwegs. Pecco da vorne, weit raus. Muss aufrichten. Quattarao hinten gestürzt. Der eigentlich auch gut unterwegs war auf seiner Yamaha. Aber was macht denn der Pecco da? Ich weiß es nicht. Martin führt vor Acosta. Aber ja, ja. Dann Rins auf der 4. Und dann kommen auch wir schon mit Säcki vor auf die 7. Wenn wir uns hier vielleicht Alex Rins schnappen können. Bastian Idi auch gestürzt. Wow. Hilfe. Das war ein wilder Start da hinten. Ich bin froh, dass wir dem Chaos halbwegs entgehen konnten. Jetzt hier auf Position 4 erstmal sehr, sehr gut. Positioniert sind. Okay. Jetzt wie immer ruhig die erste Runde halbwegs souverän hier zu Ende bringen. Und dann mal schauen, wofür die Pace so ausreicht. Wenn man sich das Wochenende bisher anschaut, das Qualifying, dann sollte man voll und ganz davon ausgehen, dass wir hier vorne weiterhin mitmischen können. Also ja, einfach das weitermachen, was wir bisher so gezeigt haben. Marc auch gestürzt. Wow. Seine echt grottenschlechte Saison bisher verglichen mit unserer. Geht weiter. Wir haben drei große Namen hier verloren. In dieser ersten Runde bereits dieses Sprints. Also das wird auch eine Sache sein, die wichtig sein wird. Wie immer. Einfach sitzen bleiben. Das ist schon die halbe Miete oftmals, wenn man eh schon eine gute Pace hat. Ja, die konnten uns schon so ein bisschen distanzieren da vorne nach der ersten Runde. Gefällt mir nicht so sehr. Aber ist auch okay. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein bisschen schneller werden mit den Runden. Und da näher rankommen können. Duelle gibt es auch noch. Ja, jetzt mal vorbei an Pedro, der mal wieder einen Mega-Job macht auf unserer alten Gaskas. Hier und weit raus kommt jetzt in Kurve 3. Das bringt uns da so ein bisschen in Schlagdistanz. Also zumindest ein Sprint-Podium hier noch voll und ganz machbar. Martin und Pecco weiß ich nicht. Je nachdem, wie die Bock haben. Wenn die einfach ihre volle Pace hier abrufen und die freie Fahrt jetzt nutzen da vorne, dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn die anfangen zu fighten, wovon eigentlich fast auszugehen ist, dann können wir uns da vielleicht auch noch einmischen. Wer weiß. Aber erstmal geht es hier gegen Pedro. Der scheint sehr, sehr machbar zu sein. Ist ja eh eigentlich nur durch den guten Start so weit vorne. Na klar ist der wahrscheinlich auch nicht langsam. Das kennt man von ihm. Aber so ganz hierhin gehört diese Gaskas vermutlich nicht, was die Race-Pace angeht. Und ich hoffe, dass wir das bald mal für uns nutzen können. Vier Runden sind es noch. Vielleicht ja hier schon auf Start und Ziel. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Aber der Top-Speed unserer Ducati natürlich geil. So ein bisschen Windschatten kommt hier jetzt auch schon zum Tragen. Ich glaube, so langsam wird es mal ungemütlich für Pedro. Wenn wir hier ziemlich spät dran sind. Ah, come on. Das ist jetzt echt das Ziel. Sich den hier irgendwie zurechtzulegen in diesen letzten paar Runden dieses Sprints. Hier scheinen wir stark zu sein. Da macht die KI häufig komische Sachen. Das haben wir von Acosta vorhin gesehen. Auch von Pecco. Vor allem in der ersten Runde. Da kommen wir hier jetzt ganz da ran. Das ist ja die Stelle, an der wir Rins überholen konnten. Aber so weit außen nicht. Aber trotzdem ist glaube ich klar, dass wir die Pace haben. Das sieht man. Jetzt müssen wir nur irgendwie eine Stelle finden, um vorbeizukommen an Pedro. Oh Gott, das war so ein bisschen mit der Brechstange. Ich weiß gar nicht, ob wir das nötig hatten, ehrlich gesagt. Ein bisschen Quatsch, weil wir eh definitiv schnell genug sind. Und Pedro kann auch kontern, weil der Ausgang aus der Kurve ganz, ganz fatal war. Ah, okay. Ein bisschen Geduld. Nicht zu viel, weil wir nicht viel Zeit haben. Aber wir haben die Pace, auf jeden Fall. Oh, vielleicht ja jetzt. Ganz weit der Spanier. Nein, nein. Wo passiert das mal? Wo ergibt sich mal eine leichte Möglichkeit? Bekommen wir überhaupt eine? Oder muss das vielleicht so gemacht werden, wie wir es eben versucht haben? Ich weiß es nicht. Ne, das sieht jetzt eigentlich gut aus. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Letzte Kurve. Die war kein großes Problem an diesem Wochenende. Guter Ausgang. Und dann schießen wir da gleich vorbei, oder? Komm on, da verlasse ich mich auf unsere gute Motorpower, auf unsere Ducati-Power. Sollte easy gehen. Anbremsen jetzt noch nicht verkacken. Vorsichtig, wenn man sich so im Windschatten ransaugt. Der Topspeed ist dann natürlich ein bisschen höher, als wenn man hier alleine angefahren kommt. Das wird auch den Bremspunkt anpassen. Aber das ist kein Ding. Es sind auch echt nur ein paar Meter, die man da vielleicht früher bremsen muss. Muss nicht mal, aber macht es natürlich leichter, dann die Kurve gut zu treffen. Vorbei Anacosta. Vor aufs Sprint-Podium. Sehr, sehr geil. Pecco und Martin da vorne, weiß ich nicht. Die wirken mir schon sehr souverän. Und wir sind ein bisschen weit dahinter. Also ich glaube, das wird eher schwierig. Vor allem jetzt das Ding hier ins Ziel bringen. Das wäre richtig, richtig gut. Auch gegen Besecki. Aber ich fühle mich hier richtig gut. Ich freue mich auf den Grand Prix. Das ist ganz, ganz ähnlich wie in Le Mans. Wir knüpfen da nahtlos an an die Performance. Richtig stark. Ich fühle mich vor allem auch sicher. Also keinerlei Angst, dass wir irgendwie stürzen können. Natürlich kann es immer mal unerwartet passieren. Aber das fühlt sich hier dafür, dass es schnell ist, sehr, sehr safe an. Und das ist immer richtig gut. Letzten Kurven hier im Sprint. Eine wirklich blitzsaubere Vorstellung von uns, wie ich finde. Nichts wirklich anbrennen lassen. Start schwierig, wie man es kennt. Aber dann gut zurückgefaltet. Und hier jetzt das Maximum rausgeholt. Absolut. Die beiden da vorne sind schon ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Ich bin mal gespannt, ob es im Grand Prix dann ein bisschen anders ist. Vielleicht erwischen die den schlechteren Start oder so. Sodass man da eher was anstellen kann. Hier war es leider absolut nicht möglich. Aber trotzdem bin ich mega zufrieden. Wir waren wieder vorne mit dabei. Das wird das nächste Sprintpodium. Es wird vor allem wieder... Es werden vor allem wieder Punkte, die wir auf Besecki gut machen. Oh, der nach seinem schlechten Qualifying hier nicht wirklich gut zurückgekommen ist. Also klar, der nimmt ein paar Pünktchen mit. Aber wir holen was auf. Geiles Ding. Richtig, richtig gut. Also wir sind so langsam wirklich konstant vorne immer. Das scheint sich zumindest so zu entwickeln jetzt seit Le Mans. Das gefällt mir sehr. Geiles Ding. Hab Bock auf den Grand Prix. Bin gespannt, was wir da so machen können. In der WM bedeutet das jetzt folgendes. Wir sind dritter. Ein Punkt hinter Martin. 50 nur noch hinter Besecki. Also drei Pünktchen haben wir da wieder weggeknabbert von seinem Vorsprung. Aber jetzt im Grand Prix. Da gibt es natürlich die fetten Punkte. Da wird es wichtig sein, so ein Ergebnis einzufahren. Von daher hoffe ich, dass wir nochmal so eine Vorstellung hier zeigen können. Was Janini so ein bisschen der große Verlierer. Der hat ja gar keine Punkte hier geholt. Los geht's. Hier beim Grand Prix von Katalonien. Ein ähnlicher Start wie vorhin hoffentlich. Wieder rinst er hier von Anfang an vorne gut mit. Das ist Quattararo. Quattararo. Die andere Yamaha, der ja vorhin gestürzt ist im Sprint. Oh, zwischen den beiden Pramax hier durch. Das wäre super. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Nicht zu gefährlich da auf die Strecke zurückkommen. Leider ein bisschen zu viel gewollt da in Kurve 1. Das hat sich so schön angeboten, weil da so eine geile Lücke offen war zwischen den beiden. Das kostet uns leider. Da war ich ein bisschen zu gierig. Immerhin an Fabio können wir uns aber hoffen. Wir müssen endlich wieder vorbeischieben. Wer ist denn da vorne so gut, der da nicht sein sollte? Ah, Morbidelli. Morbidelli. Beide Pramax und Pecco. Bis Zeki jetzt noch kein Weltwunder hier geschafft. Ist noch nicht auf der Positionsanzeige angekommen. Während wir jetzt die Chance haben, uns hier an Horche vorbeizuschieben. Ein wichtiges Ding. Wenn der nämlich in Fahrt kommt, dann haben wir vorhin im Sprint gesehen, was da passiert an diesem Wochenende. Dann ist der kaum zu halten gemeinsam mit Pecco. Der wiederum führt das Ding hier an. Wird also schwer zu schlagen sein. Jetzt haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie im Sprint. Da haben wir eine Pramax und eine Ducati vor uns. Und einen, der da nicht wirklich hingehört, sage ich jetzt mal so asozial mit Morbidelli. Auch der kann schnell sein. Klar, auch der kann uns hier hinter sich halten. Auf jeden Fall. Aber man würde vermuten mit unserer Pace heute, dass wir da auf jeden Fall vorbeikommen können. Und dann riecht das hier wieder nach, zumindest der Chance, auf ein weiteres Podium mal. Aber das Ding ist hier noch lange, lange nicht entschieden. Das ist noch eine ganz, 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 ganz lange Geschichte. Vor allem werden wir von Martin wahrscheinlich auch Druck bekommen. Das ist eventuell so ein bisschen der Unterschied zum Sprint. Dass wir da auch nach hinten echt Acht geben müssen. Aber das ist schon mal super, dass wir das da in der ersten Runde vorbeigeschafft haben an dem. Das gefällt mir. Jetzt, da er dahinter ist, muss er nämlich auch erst mal vorbeikommen. Ja, die Pace ist an sich gut, aber der wird halt nicht wirklich freie Fahrt haben. Das ist eine geile Sache. Vorhin geht's, äh, vorne geht's ab zwischen den beiden Italienern und beiden Teammates aus dem Relive. Und Bastianini, der im Sprint vorhin ausgeschieden ist, schnappt sich hier tatsächlich die Führung. Wer entwählt jetzt vielleicht mit einem guten Ausgang hier? Die Chance haben gegen Franco. Früh aufs Gas, spät auf die Bremse. Und dann hier innen halten. Dann sollten wir den eigentlich einkassieren können. Oh ja, vor aufs Podium zwischenzeitlich. Dritter Platz. Come on, jetzt bin ich mal gespannt, was da vorne möglich ist. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Ich weiß nicht, wir sind jetzt noch nicht allzu weit weg. Also, jede Chance, sich da noch einzumischen eigentlich. Und vor allem haben wir jetzt so ein bisschen Puffer zwischen Martin und uns gebracht. Das ist auch eine geile Sache. Zum einen, um da Punkte gut zu machen, klar. Aber zum anderen auch, um hier jetzt nicht so andauernd Stress zu haben nach hinten. Das ist geil. Richtig, richtig vielversprechender Auftakt. Das ist ja so eine Kurve, die ein Riesenproblem war immer in der Vergangenheit. An diesem Wochenende gar nicht. Also, da haben wir auch voll und ganz den Dreh raus. Sind hier wirklich souverän unterwegs. Pekko kann ein bisschen schneller als Bastianini. Da gibt es jetzt bald mal den Angriff. Und vielleicht auch so ein kleines Duell. Das wäre geil. Aus eigener Kraft lässt sich aber jetzt leider schon sagen, geht das in eine ähnliche Richtung wie im Sprint. Wir sind schnell und auch schneller als die hinter uns. Aber nicht schnell genug, um da an Pekko ranzukommen unter anderem. Und Bastianini ist offensichtlich ähnlich unterwegs wie Martin vorhin. Der war halt im Sprint gar nicht hier vorne dabei. Aber jetzt sieht man mal seine wirkliche Pace. Und die ist auch nicht ohne. Da können wir leider nicht mithalten. Das ist halt so ein bisschen der Punkt, an dem das Bike zum Problem wird. Das ist halt nicht stärker als die 24er Ducatis. Und das merkt man immer mal wieder leider. Aber trotzdem müssen wir versuchen, da immer das Maximum rauszuholen. Und dann wird diese geile Konstanz, die wir hier an den Tag legen, bestimmt auch belohnt werden. Pekko jetzt vorbei. Ohne größeres Duell. Ja, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen ran. Aber da muss schon einiges passieren, damit wir wirklich noch eine Chance bekommen. Aber das ist krass, wie sich die Rennen unterscheiden können. Wir sind genauso unterwegs wie in Le Mans eine lange Zeit auf dem dritten Platz. Aber so von der Dramatik her ist das hier eine ganz andere Nummer. Das ist voll chillig. Wir fahren hier rum, irgendwie so ganz ohne Druck gefühlt. Obwohl es die Lücke nach hinten auch nicht riesig ist. Aber trotzdem haben wir Morbidelli okay im Griff. Mathilde kommt da immer noch nicht vorbei. Also sehr, sehr viel chilliger ist das hier auf jeden Fall. Für die Spannung schade. Aber natürlich trotzdem ein geiles Ergebnis, wenn es so zu Ende geht. Vor allem, weil Besecki immer noch nicht innerhalb der Top 8 angekommen ist. Also das finde ich überraschend. Da hat er scheinbar wirklich gar keine Pace an diesem Wochenende. Dann war es wohl auch kein Zufall, dass der in Q1 ausgeschieden ist. Ich habe fest damit gerechnet, dass der hier, keine Ahnung, mindestens mal Fünfter wird oder so. Dass das halt einfach irgendwie schlecht gelaufen ist im Qualifying. Warum auch immer. Aber nix da. Umso höher ist dann dieser dritte Platz einzuschätzen. Also das scheint echt so zu sein, dass Besecki so ein bisschen nachlässt. Nur das ist seit ein paar Rennen jetzt schon bemerkbar. Der war am Anfang so krass, hat da alles gewonnen. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Und somit schrumpft dann dieser Vorsprung immer weiter und weiter. Und wenn der sich dann nicht irgendwann wieder fängt, dann wird der natürlich noch eingeholt. Ich meine, wir haben noch so viele Rennen, da kann man sich nicht ausruhen auf so 50 Punkten Vorsprung, die der jetzt hat. Das klingt für den Moment viel, ja. Aber wenn die Performance so gar nicht mehr passt, wie jetzt hier, dann wird der schnell, schnell, schnell eingeholt. Aber das ist natürlich super geil für alle anderen. Unter anderem uns auch und für die Spannung in der WM. Vorne geht es richtig ab zwischen Bastianini und Pecco. Da geht es hin und her wirklich. Aber die verlieren trotzdem keine Zeit. Die sind trotz Duellen schneller. Das spricht dann auch Bände leider über unsere Pace. Boah, Martin, jetzt sogar von Acosta überholt worden. Der kann das hier überhaupt nicht so umsetzen, wie er es im Sprint gemacht hat, ne? Da war der ja super schnell. Ich hätte auch fest damit gerechnet, als wir ihn überholt haben, dass der auch... Dass der kontern kann. Ach nö, warum ist denn hier gelb, Mann? Wenn das weiter hinten jemand war. Ja, aber der kommt hier absolut nicht ran. Der kommt hier nicht so richtig in Farben. Das ist eine geile Sache. Wer ist denn da gestürzt? Äh, ja, weiß nicht. Wird wohl niemand so Wichtiges gewesen sein, außer vielleicht Besecki oder so? Ach, keine Ahnung, da wird jetzt auch nichts angezeigt. Schon wieder gelb. Hinten scheint es so ein bisschen abzugehen. Wir haben es nach wie vor gut im Griff. Reifenverschleiß auch in Ordnung. Abolino. Ah, okay. Kann ich mitleben. Ah, wohl unsere vordere rechte Reifenflanke ist so ein bisschen... Ah, ein bisschen unschön. Das könnte vielleicht noch zum Thema werden. Es war auch vom Spiel der harte Vorderreifen empfohlen. Aber ich weiß, ich habe da nicht so sehr darauf vertraut. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle Option gewesen wäre. Und ich meine, bislang habe ich da recht auf jeden Fall. Aber das wird sich jetzt erst gegen Ende entscheiden, was da wirklich schlauer gewesen wäre. Aber jetzt nicht schlampig werden hier. Come on. Das ist zwar nicht gerade spektakulär, was hier passiert in diesem Rennen. Es wirkt so recht langweilig alles. Aber Mobidelli ist trotzdem nicht weit weg. Und das sind wichtige Punkte hier, Mann. Das ist ein MotoGP-Podium, um das wir hier gerade fahren. Also konzentriere dich mal bitte, Mann. Oh, jetzt ist es passiert. Bastianini. Ich dachte mir schon, das ist das Einzige, was uns hier noch eventuell ins Spiel bringen kann. Oh, ein Sturz da vorne. Natürlich mal wieder ablenken lassen davon. Wie immer. Der kann sogar, wow. Der kann sogar wieder das Rennen aufnehmen und bleibt vor uns. Das ist schon Wahnsinn. Weiß nicht, vielleicht ein bisschen Schaden am Bike. Vielleicht wird er jetzt ein bisschen langsamer. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall jetzt unmittelbar vor uns. Jetzt haben wir wieder so ein Ziel vor Augen, dass wir ein bisschen jagen können. Das kann der Pace natürlich auch helfen. Ich bin mal gespannt. Ist halt auch nicht zu viel wollen, aber es scheint so, nach den ersten paar Kurven, die wir jetzt direkt an dem dran sind, dass wir albwegs mithalten können, dass da vielleicht noch was gehen kann gegen Innair. Aus eigener Kraft niemals, aber wenn der natürlich solche Fehler macht hier andauernd, dann kann alles möglich sein. Also ich meine, aus eigener Kraft ging nichts, aber die eigene Kraft, die hat sich jetzt erledigt, weil er den Sturz hatte. Also jetzt, jetzt haben wir vielleicht wieder eine Chance. Ich weiß aber nicht, wie langsam ist er wirklich? Also es scheint mir schon langsamer zu sein als vorhin, dass wir hier überhaupt über eine Runde jetzt so gut mithalten können. Das wäre vielleicht vorhin nicht gegangen. Jetzt bremsen wir uns auch schön ran hier in Kurve 1 hinein. Und diese langgezogene Kurve 3 ist eine gute Stelle für uns. Komm on, hier können wir es jetzt machen. Hier können wir es jetzt machen. Da ist auch so eine kleine Lücke offen. Können wir uns da reinschieben? Gegen Innair Bastianini. Aus dem Nichts. Haben wir hier die Chance bekommen in der letzten Runde. Und nutzen wir die jetzt auch? Können wir da mehr draus machen als nur diesen Angriffsversuch? Können wir wirklich die Position bekommen? Ja, Tatsache. Nochmal Geld weiter hinten. Haben wir den? Ah, nee, der zeigt sich ja nochmal. Habe ich fast mit gerechnet. Aber wir sollten eigentlich einen besseren Ausgang kriegen können. Oder auch einen guten zumindest. Ah, nee, das hat er aber stark gemacht. Ah, stark gekontert nochmal. Ein bisschen inkonsequent von uns. Da hatten wir auf jeden Fall die Chance. Hätten eigentlich schon davor sein müssen. Aber wer weiß. Vielleicht bekommen wir noch eine Chance. Sehr wahrscheinlich sogar so nah, wie wir hier jetzt dran sind. In Kurve 1 hinein sind wir richtig gut. Er fährt das so ein bisschen defensiver an. Somit passt seine Linie hier überhaupt nicht. Und das ist wieder die Möglichkeit, um sich hier zu zeigen. Komm on, jetzt zieh das hier durch. Mach das hier jetzt besser als vorher. Wie wir da auch aufs Gras gekommen sind. Das war so schlecht. Ja, so hätten wir es vorhin schon machen müssen. Einfach innen die Lücke nutzen, die er da offen lässt. Jetzt haben wir ihn. Vorbei an Ineer Bastianini. Die Reifenverschleiß ist jetzt ein Thema. Jetzt müssen wir cool bleiben. Jetzt haben wir eine ganz, ganz schnelle Pramak hier hinter uns. Aber haben die Möglichkeit hier aus dem Gar nichts rücklich. Platz 2 klar zu machen. Verlieren somit nur Punkte auf Peko. Machen fett was Gute auf Besecki. Wenn jetzt immerhin innerhalb der Top 8 angekommen ist. Martin nicht so gut. Auf Bastianini machen wir jetzt ein bisschen was gut. Mega Ergebnis, wenn es so ins Ziel geht. Aber der ist da. Der ist da. Der wird mich locker lassen. Oh, gelb. Ist das Peko? Ne, hätten wir ja schon angezeigt bekommen. Aber hinten scheint es auf jeden Fall ordentlich abzugehen. Könnte Augusto gewesen sein. Unser alter Teammate. Oh Gott, oh Gott. Dieser Vorderreifen in den Rechtskurven. Das ist nicht mehr lustig. Aber gleich haben wir es geschafft. Da haben wir uns auch einen kleinen Puffer sogar auf Bastianini rausfahren können. Und tatsächlich seit seinem Sturz war der nicht mehr ganz so schnell. Das auf gar keinen Fall. Sonst hätten wir den auch nicht bekommen. Weil der war ja nach dem Sturz locker noch so eine Sekunde vor uns oder so. Wenn er dann normal einfach angeknüpft hätte an seine Pace, dann hätte das trotzdem gereicht. Was auch dafür spricht, wie schnell er davor eigentlich war. Aber so sieht es jetzt echt gut aus für uns. Letzten Kurven dieses Grand Prix. Vor allem die letzten beiden. Nicht zu unterschätzen. Da haben wir in der vergangenen Saison in einer ähnlichen Situation, zumindest auch in einer umkämpften Situation, noch eine Position hergegeben. Richtung Linie. Gegen Joan Mir, falls ihr euch erinnert. Da ging es halt um, keine Ahnung, Platz 14 oder so. Und nicht um Platz 2. Aber die Situation ist dieselbe. Man darf hier keinen Fehler machen, aber das tun wir nicht. Was eine kline, geile Vorstellung hier in Barcelona. Bisschen Glück dann noch durch Bastianini's Sturz. Aber Platz 2. Geile, geile, fette Punkte. Wir sind sowas von da in diesem WM-Kampf. Vor allem jetzt der Besecki nachlässt. Man, geil. Geil, das gefällt mir. Ja, richtig gut. Ich weiß nichts, was wir hier hätten besser machen können. Am Start, gut, der eine Move, der eine Versuch war ein bisschen optimistisch. Aber hey, wenn der geklappt hätte, wäre es geil gewesen. Dann hätten wir vielleicht noch eine Chance gegen Peko sogar gehabt. Aber, ja, der war schon in einer ganz eigenen Welt hier. 8 Sekunden Vorsprung am Ende. Also keine Chance da, irgendwie was dagegen zu machen. Hier hinten sah es so, so Amarquez eigentlich. Na, 10. Gut, immerhin so ein paar Pünktchen. Aber der ist überhaupt nicht gut in Fahrt hier, ne? Absolut nicht. Ist auch 10. in der WM mit nur 35 Punkten. Wir haben leider nicht diesen zweiten Platz hier jetzt übernommen. Aber es sind nur noch 38 Zähler Rückstand auf Besecki. 15 Punkte gut gemacht auf den im Laufe dieses Wochenendes. Wenn das so weitergeht. Stell dir vor, beim nächsten Mal 15, dann sind es nur noch 23. Dann nochmal 15, dann sind es nur noch 8. Also das ist eine unglaublich gute Ausbeute. Wahnsinn. Bin ich sehr zufrieden mit 100er Marke. Jetzt natürlich auch geknackt. Das aber eh nur Formsache gewesen eigentlich. Reicht das jetzt mal für Legende so langsam? Ja. Ach, nö. Ja, klar. So ein Millimeter noch. Beim nächsten Mal werden wir das dann aber schaffen. Bin gespannt, ob danach noch irgendwas kommt. Guter alter Turning Point mal wieder. Einen Schritt nach dem anderen. Wen kriegen wir denn da als Rivalen vorgesetzt? Bastianini ausgerechnet. Okay. Und nach Mugello geht es beim nächsten Mal. Uh, das wird, glaube ich, geil auf so einer Ducati. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Ist ohnehin eine meiner liebsten Strecken. Gar nicht, weil wir da immer richtig gut waren. Aber einfach, weil ich die mega gerne fahre. Und ich denke, wir können dort auf jeden Fall wieder gut sein. Pecco. Aha. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Ja, so ist es Pecco. Wir sind hier Konkurrenten um den WM-Titel, so wie es scheint. Aber das Problem ist halt, das wird nicht so ein Zweikampf um die WM oder so. Das wird wahrscheinlich so ein Fünfkampf. Davon ist jetzt zumindest mal auszugehen. Also, das kann eine richtig geile Saison noch werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns in Mugello wieder beim nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.